Ich komme eben jetzt gerade von einer Kindervorstellung in Stralsund, wo ich ein Stück spiele, in dem geht es um Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Meeresmüll. Und ich finde es ziemlich absurd, dass ich auf der einen Seite vor Kindern etwas spiele und erzähle, wo es um diese Themen geht, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und auf der anderen Seite hier gerade etwas stattfindet, was für überhaupt nichts mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu tun hat. Weil die Errichtung von einem LNG-Terminal vor der Küste von Rügen ist so dermaßen rückwärtsgewandt und zerstörerisch für Mensch und Natur.